Wir sind die ersten beiden schon mal hier. Die anderen haben noch Ladebildschirme. Was machen denn die aneinander? Wenn da jetzt CNET steht, das ist die Konsole, siehst du ja. Das ist Konsole. CNET? Was heißt denn Konsole? Das ist CNET. Darüber läuft das Spiel bei der Konsole, CNET. Das Online-System. Und wieso steht das bei denen und bei uns nicht? Weil wir so über Dings deamen. Ach so! Ja, ja, ja! Jawoll! Luxor! Da schiebst du die noch schön so rein. Zack! Guck mal, wie ich den ausgefummelt habe. Hast du gesehen? Hätte ja keinen Speedangaben, hätte ich ihn erwischt. Ja. Nein! Hätte ich daneben gejumpt. Wollten ihn grad so wegkicken und dann... Ich bin zu spät gesprungen. Egal! Boom! Hat's gemacht! Na, gibt er uns ne Vorlage hier? Ja! Ja! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Bam! Ich musste den mal kurz hier in der Luft jagen. Hat nicht der Boom gemacht. Ne, ich hab nen anderen Boom gemacht, oder? So! Nischt hier! Nein! Verdammter Pfosten! Ah, ich hab keinen Speed mehr gehabt hier. Ups! So, der bleibt hier bei uns. Nein, 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 nein! Nein! Ja, ich hüpfe immer noch zu früh. Muss du hier auch noch mal. Unser Kollege ist raus hier, oder was? Nein! Alter, der kriegt ja nicht da um die Ecke der Frechbrenner. Da guck mir an, wie er mich gleich da weggekackt hat. Einer. Boom! Ach, der hat dich zu mir gekickt, wa? Ja. Ah, wieder kein Speed hier. Boah, was macht denn der Bitze Killer? Nicht hier hinten, nicht hier hinten. Ja. Ein Speed, äh, scheiße. Ja. Alter. Eigene Teammate. Guckst hier. Uh, beide drüber, Riser. So, der bleibt da hinten, Jungs. Ist nischt hier. Nein! Schieb rein! Schieb rein! So, geh rein! Ich bin auch noch voll daneben gefahren eben gerade. Guck mal, gebremst, gebremst, gebremst und dann... Guck mal, schön den Arsch gehoben und ausgetrickst, Junge. Mit der Hacke quasi. Alter, der eine wollte freigespringen, hätte ich normal erwischt. Wahrscheinlich hätte ich gegen ihn. Boon, da hat's wieder einen weggenatzt. Boon, da hat's wieder einen weggenatzt. Was macht denn der Typ? Alter, der hätte hinten bleiben müssen dafür. Was war... Aber der hat sich nicht bewegt. Guck mal, der steht da nur AFK oder so. Alter. Ey, was für ne Verarsche. Ich hätte immer euch versprimen können, nice kill, aber lass ich mal. Ops, sorry Reiser. Ich steh vor dem Tor bereit, ich steh vor dem Tor bereit. Los, Flanke! Nein! Nein! Verdammt, verdammt! Noob! Noob! Ich stand nicht vor dem Tor bereit, ich stand nicht vor dem Tor bereit. Komm, den Ausgleich kriegen wir doch noch, oder? So. Hier jetzt. Was geht denn ab hier? Nein, nein, nein! Jawollo! Nein! Oh! Alter! Da hat er ja nochmal Glück gehabt. Ja. Da hat er ja noch Glück gehabt. Alter Falter. Action geladene Spiel hier. Oh! So, ich bleib hinten am Tor. Leicht anhüpfen, wenn du am Ball bist. 30 Sekunden. Los, Reiser! Go, Reiser! Deiner hat mich aktiviert, lass mir jetzt mal. Ausgedrückt. Die Schwachmarten. Oh, oh! Ja! Oh, jetzt noch hier ne Flanke. Verdammt. Ah! Nachspielzeit, das nächste Tor zählt war das, oder? Jawohl. Oh, schade. Mann. Ja, der andere hat mich gerade eben hingeschubst. So. Ausgeschubst das Ding. Alter, der Penner. Am Arsch hier. Rinn das Ding da jetzt. Rinn, rinn. Ich komme, ich komme, ich komme. Fuck. So, die hat es nach vorne da. Oh, oh. Nein. Verdammt, ich kam zu steil. Ah. Alter, wird aber auch spannend, die Kacke hier. Wir haben Arsch jetzt erstmal hier rüber. Flanke? Oh, ich habe es gesehen. Der hat dich weggeschubst. Alter, so ein Penner. Sauber Racer. Ah, wieder kein Turbo hier. Nein. Oh, 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 oh. Alter, was war das für ein Akrobat hier? Alter, haben sie mich schon wieder ausgenockt. Die Penner. Die Penner. Alter. Haha. Haha, daneben mein Freund. So, Racer. Boah. Alter, wie alle daneben jumpen. Der eine hat mich weggekriegt. Oh, 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 nein. Oh. Der hat sich selber ausgetrickst? Nee. Ich dachte schon. Ja, Tatsache, Alter. Wie oft wechseln die denn hier? Shepard, nicht ein Bot? Shepard? Nee, ich glaube, hier kommen keine Bots, oder? Nein. Ah, verdammt. Ich habe ihn gerade noch erwischen können und dann habe ich mich nicht mehr gesehen und dann war es was. Da siehst du gleich ich. Schade, aber es war ein schönes, knappes Spiel. Shepard ein Bot? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass hier Bots reinkommen, oder, in das Spiel. So. Steht da, ja, AI. Ja, ist ja kein Wunder, dass wir sowieso verloren haben. Ja, der eine Penner wäre denn nicht nur AFK gewesen und alles, denn... Ja, und wer hätte das eine Tor zugelassen? Ist gar nicht erst zur Nachspielzeit gekommen hier. Tatsache, AI. Shepard.